Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser, ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben in den letzten Veranstaltungen die Elektrostatik uns erschlossen und sind dabei bis zur formalen Lösung des Problems mithilfe der grinschen Funktion, also den Fundamentallösungen vorgedrungen und wir werden heute eine ganz außerordentlich wichtige Methode kennenlernen, um die grinsche Funktion bei einer bei vorgegebenen Randbedingungen tatsächlich dann auch zu finden, weil davon hängt es natürlich ab. Die formale Lösung ist nur zu verwenden, wenn man die grinsche Funktion auch kennt. Die Methode, die wir heute durchgehen werden, ist die sogenannte Spiegelungsmethode oder auch Bildladungsmethode bezeichnet und sie basiert im Prinzip direkt auf dem, was wir bei der Herläutung der formalen Lösung schon gesehen haben. Grundproblem ist also die Lösung der Poisson-Gleichung, jetzt aber eben mit Randbedingungen im Endlichen. Und wir haben bei der Beschäftigung mit der grinschen Funktion gesehen, dass das Superpositionsprinzip wirklich fundamental wichtig ist, weil wir können aus der Lösung für eine punktförmige Ladung und nichts anderes ist letztendlich die grinsche Funktion sofort auch Lösungen für beliebige nicht-deltaförmige Inhomogenitäten erschließen. Und zwar in der Form, wie wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben, als integral über die grinsche Funktion multipliziert mit der Volumenladungsdichte Rho-V. Und wenn wir dies haben, dann kann durch diesen Teil oder dieser Teil des Potenzials ist letztendlich, wie man hier sieht, vollständig durch die Lösungen im Lösungsvolumen bestimmt. Da sind noch keine Grenzflächen drin. Damit die Gesamtlösung die vorgesehenen Randbedingungen erfüllt, muss diese grinsche Funktion des Freiraums, das ist ja letztendlich nichts anderes als das Potenzial einer Punktladung, wobei wir jetzt die Ladung dann formal zu 1 gesetzt haben. Genau das ist die grinsche Funktion. Die müssen wir verändern. Und zwar kommt hier ein zusätzlicher Summand hinzu, der Lösung der Laplace-Gleichung, also der zugehörigen homogenen Gleichung sein muss. Und es ist klar, wenn ich eine Lösung der Laplace-Gleichung, der homogenen Gleichung zu G hinzu addiere, dann wird G immer noch eine Lösung der Poisson-Gleichung sein. Das folgt aus der Linearität des Laplace-Operators. Und nur für lineare Differenzialoperatoren wählt man ja den grinschen Formalismus. Die Idee ist jetzt folgendermaßen, wenn ich also die Grins-Funktion des Freiraums kenne und jetzt Randbedingungen einführe, dann werden diese Randbedingungen ja dazu führen, dass das Feld der Punktladung hier in dem Fall oder diese grinsche Funktion nicht mehr die grinsche Funktion des veränderten Problems ist, weil die Randbedingungen nicht eingehalten werden. Das werden wir gleich am Beispiel dann tatsächlich auch noch mal genauer sehen. Und jetzt kann ich natürlich keine zusätzlichen Ladungen im Lösungsvolumen platzieren, weil damit hätte ich ein komplett anderes Problem. Ich habe aber die Möglichkeit, den Einfluss des Randes zu modellieren, indem ich außerhalb des Lösungsvolumens Ladungen einführe, die gar nicht da sind, die ich nur als Modellladungen nehme und das so mache, dass die ursprünglichen Ladungen plus die Modellladungen das zugehörige Feld oder das zugehörige Potenzial dann eben die Randbedingungen erfüllt. Wenn das der Fall ist, dann bin ich wegen der Eindeutigkeit tatsächlich fertig. Ich habe dann ein Potenzial gefunden, dass in V die Lösung ist und gleichzeitig auch die vorgegebenen Randbedingungen erfüllt. Und dann wissen wir schon, wenn wir das gefunden haben, dann ist es auch eindeutig bis auf eventuell additive Konstanten, die uns nicht weiter interessieren. Und diese Ladungen, die ich also außerhalb des Lösungsvolumens platziere, die haben keinen direkten Einfluss, aber sie haben natürlich Einfluss auf die Lösung, sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Und man kann sich das so vorstellen, dass ja auch die Oberfläche selber einen Einfluss auf die Lösung hat, weil auf einer Oberfläche werden von den anwesenden Ladungen im Volumen selber Oberflächenladungen influenziert und den Einfluss dieser influenzierten Oberflächenladungen, den versuchen wir zu simulieren, zu modellieren, indem wir stattdessen außerhalb des Lösungsvolumens Ladungen platzieren. Ja, am besten wird das glaube ich klar, wenn man es mal an einem konkreten Beispiel durchführt. Und natürlich starten wir hier mit einem besonders einfachen, aber auch durchaus wichtigen Beispiel. Wir betrachten nämlich eine einzelne punktförmige Ladung Q, die vor einer unendlich ausgedehnten Ebene sein soll. Und diese Ebene, da nehmen wir an, dass sie auch beliebig gut leitfähig ist. Also ein perfekter Leiter, unendlich ausgedehnt. Zur Nomenklatur, ich habe schon gesagt, wir haben die Ladung Q, die sei in einem Abstand A zur Oberfläche platziert. Und wenn wir jetzt an einem Punkt R das beobachten, dann haben wir natürlich verschiedene Größen, die wir uns anschauen. Wir haben eben den Ortsvektor R. Der wird in Zylinderkoordinaten, das ist natürlich eine günstige Koordinatenwahl, in Zylinderkoordinaten wird der einerseits die Z-Komponente haben, andererseits eine Roh-Komponente, die Phi-Komponente. Spielt jetzt hier zunächst mal keine Rolle, weil das Ganze ja auch rotationssymmetrisch gedacht werden kann um die Z-Achse herum. Also Koordinate Rho, Koordinate Z sind klar. Und wie immer bei solchen Anordnungen spielt natürlich auch der Abstand der Ladung zum Beobachtungspunkt eine Rolle. Das ist hier der Vektor R und das ist natürlich nichts anderes als R minus R' und R' wäre hier A mal Einheitsvektor in Z-Richtung. Und die Länge von R, die ist offensichtlich Roh-Quadrat-Wurzel aus Roh-Quadrat plus Z minus A². Z minus A² ist hier vorne oder Z minus A ist hier vorne das Stückchen. Ja, hier ist schon ein normaler Vektor dran geschrieben. Das liegt daran, dass wir jetzt eben auch Randbedingungen natürlich mit ins Spiel bringen werden. Und wie immer werden wir den normalen Vektor so anordnen, dass er aus dem Volumen heraus zeigt. Und wir hatten früher dann schon die Materialien so bezeichnet, dass die eine Seite diese Seite hier eben 1 ist und die Seite in N zeigt dann die Seite 2 ist. Und die Randbedingungen für das elektrische Feld bzw. für die elektrische Verschiebung habe ich hier nochmal hingeschrieben. Es gilt dann für die Normalkomponenten, dass D2 normal minus D1 normal eben die Oberflächenladungsdichte Rho F ist. Und für die Tangentialkomponente gilt, dass sie stetig ist. E-Tangential 2 minus E-Tangential 1 ist gleich 0. Wenn wir hier jetzt Vakuum annehmen, dann wäre D1 natürlich Epsilon 1 mal E1. Das werden wir gleich dann auch einsetzen. Und ja, für das Metall, was auf dieser Seite ist, da wissen wir ja schon, dass auf dieser Seite kein Feld sein wird. Das heißt, sowohl E2 als auch D2 wird 0 sein, sodass sich diese Gleichungen hier entsprechend vereinfachen. E-Tangential gleich 0, was ja dann hier steht, heißt insbesondere, dass das E-Feld senkrecht auf der Oberfläche dieses perfekten Leiters steht. Auch das haben wir in der Vergangenheit uns schon hergeleitet und auch schon verwendet. Überrascht also nicht. Gut, das ist die Anordnung. Und wir können uns noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, was wird jetzt passieren. Also wenn ich diese Berandung nicht hätte, dann hätte ich hier natürlich um Q herum ein radial-symmetrisches elektrisches Feld mit entsprechenden kreisförmigen Potentiallinien. Das werde ich hier nicht haben, sondern diese elektrische Ladung, die hier vor der leitfähigen Wand ist, wird natürlich einen Einfluss auf die Ladungsträger, die ja beliebig frei beweglich sind im perfekten Leiter, haben. Konkret bedeutet das, nehmen wir mal an, das wäre eine positive Ladung hier, dann wird sich eine negative Ladungsanhäufung hier anhäufen. Und es ist auch klar, dass die dann abfällt. Und je weiter wir von diesem Punkt Rho gleich 0 entfernt sind, umso geringer wird natürlich der Einfluss sein. Und ja, diese Oberflächenladung, die sich hier ergibt, mit der es natürlich wiederum entfällt, an Potential verbunden. Und was uns letztendlich interessiert, ist dann die Überlagerung hier im Lösungsvolumen. Wenn wir das direkt lösen wollten, würde das auf eine Integralgleichung für die Oberflächenladungsdichte führen. Das ist relativ kompliziert. Wir können aber bei solchen einfachen Geometrien uns sehr schnell überlegen, wie das Problem einfacher zu lösen ist. Und dafür zeichnen wir das nochmal etwas anders. Wir haben also hier auf der einen Seite nach wie vor unser Lösungsvolumen mit unserer Ladung. Und ich habe jetzt auch mal angedeutet, wie das Feld aussähe, wenn diese leitfähige Ebene nicht da wäre. Dann hätten wir eben dieses radialsymmetrische Feld. Und es ist schon klar, wenn man sich das anschaut, dann wäre das natürlich ein E-Feld, das hier oben und auch hier unten natürlich nicht automatisch senkrecht auf der Oberfläche steht. In der Mitte klappt das, aber außerhalb der Mitte werden wir immer einen gewissen Winkel haben. Das dürfen wir aber nicht haben. Diese Tangentialkomponente hier muss verschwinden, weil die Tangentialkomponente ist stetig und wir wissen, dass es auf der einen Seite 0 ist. Also muss es auf der anderen Seite auch 0 sein. Ja, und die Tangentialkomponente wäre ja hier eine kleine Komponente, die von unten nach oben gerichtet ist. Also können wir die nur dadurch kompensieren, dass wir ein weiteres Feld haben, das eine entsprechende Tangentialkomponente von oben nach unten hat. Und ja, wie man sich leicht überlegen kann, wird das erfüllt, wenn das eben hier diese kleine, dieser blaue Pfeil wäre. Dann ist nämlich die Überlagerung von diesen beiden Feldern gerade dieser braune Pfeil, der jetzt insgesamt länger ist, aber senkrecht auf der Oberfläche steht. Man kann sich leicht überlegen, wenn ich das so mache, dann klappt das auch in der Mitte. In der Mitte wird es dann doppelt so stark sein, aber auch senkrecht stehen. Und hier unten klappt es natürlich mit der entsprechenden Konstruktionsanleitung auch. Auch wieder mit einem größeren resultierenden Feld, aber vor allen Dingen eben verschwindenden Tangentialkomponenten in der resultierenden Feldstarke. Ja, und jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, okay, wo kommt denn dann dieses Feld her? Und wenn ich das zurückverfolge, komme ich natürlich leicht darauf, dass ich hier eine Bildladung einführen kann. Und wenn ich diese Bildladung einführe, ohne dass jetzt diese Ebene da wäre, dann wären in der Kombination der Ladung und der Bildladung die Tangentialkomponenten entlang dieser Oberfläche, die jetzt für den Moment nicht mehr da ist, tatsächlich weg. Und dafür muss das natürlich eine echte Bildladung sein. Das heißt, der Abstand auf der einen Seite und der Abstand auf der anderen Seite muss gleich sein. Und wenn ich hier eine positive Ladung habe, dann brauche ich hier auf der Seite eine negative Ladung der identischen Größe. Ansonsten funktioniert das nicht mit der Kompensation der Tangentialkomponenten. Ja, das Bild, was da rauskommt, das kennen wir übrigens natürlich schon. Das haben wir uns beim Dipol schon angeschaut. Hier nochmal ins Gedächtnis gerufen. Wenn wir ein Dipol hinmalen, dann ist eben hier an der Mittellinie genau diese Bedingung, dass das E-Feld immer senkrecht auf dieser Linie steht, erfüllt. Das heißt, der Dipol macht genau das. Wir können von daher für dieses einfache Beispiel auch schon sagen, ja, die eine Hälfte dieses Dipolfeldes, das wird dann auch die Lösung sein. Und wir rechnen genau das jetzt aber tatsächlich auch nochmal aus. Randbedingungen sind ja ganz fundamental. Ich habe E-Tangential bei Z gleich 0 ist 0, beziehungsweise Phi bei Z gleich 0 gleich 0, weil das ein perfekter Leiter ist und der eben GE geerdet ist. Dann habe ich eben Potenzial 0. Das habe ich vorgegeben. Ich kann jetzt die Superposition von den beiden Potenzialen, also einmal die ursprüngliche Ladung und einmal die Bildladung direkt hinschreiben. Geometrisch macht man sich leicht klar, das hier war das Groß R, was wir vorher schon eingeführt hatten. Und der Abstand der Bildladung zum Beobachtungspunkt, der ist einfach Wurzel aus Rho Quadrat plus Z plus A zum Quadrat. Und wenn ich hier jetzt natürlich das Potenzial in der entsprechenden Art und Weise angegeben habe, dann kann ich natürlich sofort über E gleich minus Gradient Phi auch das E-Feld ausrechnen. Wir machen das hier in Zylinderkoordinaten. Wir haben keine Phi-Abhängigkeit, also brauche ich da bei der Gradientenbildung mir auch gar keine Gedanken darüber zu machen. Es gibt dann auch nur eine Rho- und eine Z-Komponente für das E-Feld, die ich jetzt hier eben hingeschrieben habe. Und interessant ist jetzt eben die Ebene Z gleich Null, wo wir uns das nochmal anschauen können, wie ist also das E-Feld bei Z gleich Null. Da setzt man jetzt einfach überall Z gleich Null, stellt fest, dass die Rho-Komponente verschwindet und tatsächlich einfach nur eine Z-Komponente übrig bleibt, die hier entsprechend hingeschrieben ist. Und wenn ich nur eine Z-Komponente habe, das ist genau das, was ich haben wollte. Ich habe offensichtlich dann keine Tangentialkomponente des elektrischen Feldes, sondern eben nur eine Normalkomponente. Wenn wir das elektrische Feld haben, dann können wir jetzt tatsächlich auch sehr schnell die Oberflächenladungsdichte ausrechnen, weil wir haben die Stetigkeitskomponente für die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung und in dem Fall kann ich die ja einfach als Epsilon Null mal E schreiben. Das ist jetzt auch nur die eine Seite, die wir die zweite Seite genannt hatten. Auf der ersten Seite ist das E-Feld beziehungsweise die die elektrische Verschiebung sowieso Null, sodass nur dieser eine Term stehen bleibt. Und die Normalkomponente, der normalen Vektor war nach außen gerichtet, also ist die normalen Komponente gerade die negative Z-Komponente, sodass dieses Vorzeichen hier dann eben verschwindet. Und diese Unstetigkeit ist eben gerade durch die Oberflächenladung gegeben, sodass wir einfach, wenn wir das Feld haben, das Rho-F dadurch bekommen, dass wir das Feld nochmal mit Epsilon Null multiplizieren. am Ort der Oberfläche natürlich. Und das gibt dann diesen Ausdruck, den wir hier nochmal hingeschrieben haben. Den wir übrigens so viel, viel einfacher gefunden haben, als wenn wir eine entsprechende Integralgleichung hätten lösen müssen. Ja, und wenn wir das Rho von F kennen, dann können wir natürlich auch die Gesamtladung der Fläche ausrechnen. Das machen wir, um das Ganze einfach nochmal auf Plausibilität zu überprüfen. Dafür müssen wir die Rho-Integration ausführen von Null bis Unendlich und die Phi-Integration von Null bis 2Pi. Da wir gar keine Phi-Abhängigkeit haben, gibt das einfach nur einen Faktor 2Pi, der sich hiermit kompensiert. Und das rechtliche Integral ist dann auch schnell gelöst. Und wenn man das macht, kommt hier tatsächlich einfach Minus Q heraus. Und das ist sehr plausibel, weil das Minus Q ist auch genau die Ladung, die wir als Bildladung eingesetzt haben. Und die Gesamtladung der Anordnung darf sich natürlich durch diesen Modellierungsschritt, den ich gemacht habe, dass ich statt der Oberflächenladungsdichte eine Bildladung eingefügt habe, durch diesen Modellierungsschritt darf sich die Gesamtladung der Anordnung natürlich nicht verändern. Insgesamt hat die Anordnung also keine Gesamtladung, damit auch keinen Monopolterm in der Multipolentwicklung. Das ist also tatsächlich hier ein reiner Dipol, so wie wir das auch schon vermutet haben. Ich hatte ja eben das Bild vom Dipol auch schon als die Lösung gezeigt. Das bestätigt sich hier einfach nochmal zu beachten ist, da muss man immer aufpassen bei der Bildladungsmethode, die Lösungen, die wir jetzt ausgerechnet haben, sind nach wie vor nur Lösungen, in dem Fall eben für Z größer als 0, also im ursprünglichen Lösungsvolumen. Auf der anderen Seite der leitenden Fläche, da kennen wir im Übrigen die Lösung ja auch schon, da wissen wir, dass E gleich 0 ist und Phi gleich 0 ist, sprich da hätten wir überhaupt keine Veranlassung E-Feld und Potenzial auszurechnen, nur manchmal ist es so, wenn man das im Rahmen der Bildladungsmethode durchrechnet, hat man das ursprüngliche Problem schon fast vergessen, wenn man die Lösung gefunden hat und schreibt dann das E-Feld in dem Fall für Z kleiner 0 auch noch als Lösung hin, das darf man natürlich nicht machen. Ja, wir haben das Potenzial gefunden, ich habe es hier nochmal hingeschrieben und wenn wir das Potenzial haben, wissen wir, haben wir letztendlich auch die grünsche Funktion gefunden, das heißt, wir können aus diesem Potenzial jetzt auch direkt die grünsche Funktion des Halbraums, also des Raums, der mit einer beliebig gut leitfähigen Fläche abgeschlossen ist, berechnen, das wäre der Halbraum Z größer als 0 und ja, ich brauche das nur hinzuschreiben, indem ich einfach Q gleich 1 setze, dann ist das sofort die grünsche Funktion und ja, hier natürlich jetzt auch mal koordinatenfrei hingeschrieben, aber der Schritt von hier nach hier sollte nicht allzu schwer sein. Der entscheidende Punkt ist, dass ich mithilfe der grünschen Funktion, die ich an einem Beispiel gefunden habe, nämlich indem ich gesagt habe, diese Fläche ist geerdet und hat überall das Potenzial 0, dass ich diese grüns Funktion jetzt auch nehmen kann, um beliebig andere Randwertprobleme gleicher Geometrie zu lösen. Gleicher Geometrie heißt, diese leitfähige Ebene muss natürlich da bleiben, wo sie ist, ansonsten hätte ich ein ganz anderes neues Problem. Und wir haben ja gesehen, dass die Randbedingungen fürs E-Feld auch sehr elementar waren, die habe ich ausgenutzt, also auch weiterhin muss die unendlich leitfähig sein, damit E gleich E auf der Fläche senkrecht steht, aber wir könnten auch beliebige andere Werte für das Potenzial oder für die normalen Ableitung des Potenzials auf dieser Oberfläche jetzt annehmen und aus der formalen Lösung dann sofort die Lösung für das Potenzial hinschreiben. Wir kennen jetzt die grinsche Funktion. Wenn wir die grinsche Funktion kennen, kennen wir auch die normalen Ableitungen der grinschen Funktion, die ich hier unten für den Fall auch einfach nochmal hingeschrieben habe. Das heißt, sobald jetzt an den Orten der Oberfläche entweder Phi oder die Phi nach dn vorgegeben ist, kann man tatsächlich über die bekannte grinsche Funktion und die bekannte normalen Ableitung der grinschen Funktion diesen Ausdruck hier formal lösen. Formal lösen heißt, alles, was hier steht, ist bekannt. Die Integrale können dann vielleicht nicht im letzten Schritt analytisch hingeschrieben werden, aber ich habe zumindest einen geschlossenen Term, den ich im Zweifelsfall numerisch lösen kann. Wir werden hier in diesem Fall, weil das, wenn man das das erste Mal sieht, etwas verblüffend ist, tatsächlich auch mal vorrechnen für einen einfachen Fall. Und zwar nehmen wir jetzt an, dass das Potenzial an der Oberfläche nicht mehr Null sein soll, wie wir es bisher angenommen haben, sondern es soll einen endlichen Wert Phi Null haben. Und was wir erwarten ist natürlich, da das Potenzial ja sowieso nur bis auf eine Konstante bestimmt ist, dass ich den gleichen Ausdruck bekomme, wie auch für das Problem, wo das Potenzial an der Oberfläche Null war und und einfach das Phi Null als additive Konstante hinzukommt. Und das versuchen wir jetzt eben nachzuvollziehen, dass das tatsächlich so ist. Wir gehen für das konkrete Rechnen mal wieder in Zylinderkoordinaten. Das ist der bekannte Ausdruck, den wir jetzt eben schon gesehen hatten. Und allgemein, auch das nochmal hingeschrieben, hätte ich jetzt eben das Volumenintegral mit der Ladungsverteilung und der Greens-Funktion und die beiden Oberflächentherme. Und ja, hier konkret haben wir ja Direkt Gletscher-Randbedingungen. Das heißt, wir würden in diesem Fall reinschauen, wo wir die normalen Ableitungen der Greens-Funktion brauchen. Und dieser Term würde keine Rolle spielen, weil wir ja überall Direkt Gletscher-Randbedingungen haben. Und wir wissen ja, dass wir ja nicht beide Randbedingungen an einem Punkt haben müssen. Das heißt, diesen Term hier können wir getrost fallen lassen. Den brauchen wir nicht weiter zu betrachten. Ja, und das Oberflächenintegral für den zweiten Term, den gilt es jetzt eben letztendlich zu berechnen. Dafür brauchen wir aber erstmal die normalen Ableitungen auch der Oberfläche, also dg nach dn ausgewertet an der Oberfläche von v. Das ist per Definition Gradient g mal normalen Vektor. Und in dem speziellen Fall, der normalen Vektor ist ja der Vektor minus ez. Also wäre die Normalkomponente des Gradients jetzt in dem Fall einfach die negative z Komponente, also minus dg nach dz ausgewertet bei z gleich 0. Und die Ableitung der Grinch-Funktion hier nach z, die sind natürlich schnell passiert. Ich habe den Zwischenschritt noch mal notiert, das könnt ihr dann gerne noch mal nachvollziehen. Und wenn man hier jetzt z gleich 0 einsetzt, bekommt den finalen Ausdruck, wie er hier vorne steht. Und jetzt kenne ich also die normalen Ableitungen der Grinch-Funktion. Damit sind jetzt alle Terme bekannt und ich brauche nur noch einzurechnen, einzusetzen. Für die regletische Randbedingungen hätte ich jetzt also das Volumenintegral, das ist mal hier als grüner Term hervorgehoben und den Oberflächenterm, das ist dieses Integral hier in rot und ja wir brauchen jetzt natürlich nur die konkrete normalen Ableitung einzusetzen. Den roten Term wollen wir ausrechnen. Hier in der ersten Zeile habe ich einfach nur eingesetzt. Dann zieht man alles, was so an Konstanten anfällt, nach vorne und zieht das zusammen. Und bei dem Integral, was hier jetzt noch steht, erkennt man sehr schnell, dass es zweckmäßig ist, beispielsweise folgendermaßen zu substituieren. Wir setzen Zeta gleich Rho Quadrat plus A Quadrat, dann ist D, Entschuldigung, das heißt nicht Z, das heißt Zeta, dann ist D Zeta gleich 2 Rho D Rho. Damit steht hier oben im Prinzip schon der richtige Ausdruck. Wir müssen nur die Zwei noch berücksichtigen, das gibt den Faktor 1,5 hier vorne, das A ziehen wir aus dem Integral raus und das Integral, was dann übrig bleibt, bei dem natürlich die Grenzen angepasst werden müssen, das ist trivial zu lösen und wenn wir das jetzt ausrechnen, ergibt das letztendlich einfach Phi 0 und das ist genau das, was wir schon vermutet haben, das heißt wie erwartet wäre in dem Fall das Gesamtpotenzial einfach das Potenzial, das wir ausgerechnet haben, für den Fall, dass wir Potenzial 0 auf der Oberfläche haben, plus jetzt eben das Potenzial, das wir tatsächlich in dem Fall auf der Oberfläche haben. Das ist sehr befriedigend, das Resultat ist genau das, was wir erwartet haben und zeigt uns nochmal, dass wir hier zwischendurch keine offensichtlichen Fehler gemacht haben. Das war das erste Beispiel, das relativ einfach ist, was aber tatsächlich auch sehr wichtig ist, weil leitfähige Flächen tatsächlich in der Elektrotechnik eine sehr fundamentale Rolle spielen. Ein zweites Beispiel, wo wir auch nochmal uns die Situation anschauen können, ist die Spiegelung an der Kugel. Auch Kugeln sind Geometrien, die tatsächlich immer wieder vorkommen. Wir betrachten jetzt als zweites folgende Geometrie. Wir haben eine Kugel mit Radius R. Auch die soll wieder beliebig leitfähig sein und auch sie soll erstmal geerdet sein. Und im Abstand S1 vom Mittelpunkt haben wir und dieser Punkt P hat zunächst mal von der Originalladung Q einen Abstand R1, den wir natürlich einfach angeben können. Und ja, man ahnt schon, dass man auch hier wieder mit Spiegelung zurecht kommt, aber es ist nicht ganz so offensichtlich, wie groß denn jetzt die Bildladung sein muss. Deshalb schreiben wir hier etwas allgemeiner mal hin, dass sie minus Alpha mal Q ist und das Alpha ist noch unbekannt. Und man weiß auch nicht so direkt, wo man sie denn hinsetzen soll. Und deshalb sagen wir, wir setzen sie in einen Abstand S2 vom Mittelpunkt. Ja, und das Potenzial für diese beiden Ladungen, das können wir wieder hinschreiben. indem wir uns klar machen, dass wir wie die entsprechenden Abstände sind. Der Abstandsvektor R1 ist ja einfach tatsächlich der Vektor R und das ist ja nichts anderes als R mal er minus der Vektor R' und das ist der Vektor S1 mal er Strich für die andere Ladung, die ja die Ladung minus Alpha mal Q hat, entsprechend hingeschrieben. Und ja, wir fordern ja jetzt, dass das Potenzial an der Oberfläche der Kugel verschwinden soll. Das heißt, V von R gleich Groß R mal er also wenn der Punkt auf der Oberfläche liegt, das soll Null sein. Und wenn man das einsetzt und fordert, dass das Null ist, führt das auf diese Beziehung hier. Und diese Beziehung wird erfüllt. das kann man sich leicht anschauen, dass diese Beziehung erfüllt wird, wenn S2, das unbekannte S2, folgendermaßen durch das bekannte R und S1 ausgedrückt werden und wenn das Alpha auch wieder durch das bekannte R und das bekannte S1 in dieser Art und Weise ausgedrückt wird. Wenn man das hier entsprechend einsetzt, wird man sehen, dass die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, wir haben beiden unbekannten Größen S2 und Alpha bestimmt, indem wir die vorgegebene Randbedingung für das Potenzial, nämlich dass das Potenzial hier Null sein soll, ausgenutzt haben. Auf die Art und Weise können wir jetzt natürlich auch die Grinsche Funktion der Kugel bestimmen. Wir und wenn wir das Potenzial kennen, wissen wir schon, wir brauchen nur noch die Ladung formal als 1 zu setzen, also Q wird jetzt hier zu 1 gesetzt, die anderen Größen werden eingesetzt und auf die Art und Weise bekommen wir diesen Ausdruck für die Grinsche Funktion der Kugel. Das kann man auch sich nochmal anders hinschreiben, indem man hier entsprechend den Betrag bildet und so sieht das aus. Nicht so handlich wie bei dem Beispiel, was wir eben hatten, aber immer noch Ausdrücke, die man bewältigen kann. Das ist offensichtlich symmetrisch, das ist immer noch mal so ein Check. Wir wissen ja, dass R von R und R' gleich R gleich G sein muss. Die Vertauschung von R und R' darf keine Rolle spielen. Da überzeugt man sich schnell von, dass das hier erfüllt ist. Die Randbedingungen des Potenzials sind erfüllt. Die Poisson Gleichung im Lösungsvolumen ist erfüllt. Und wir wissen schon, dass wir dann auch die Eindeutigkeit der Lösung haben. Das heißt, an der Stelle wissen wir schon, dass wir dann auch fertig sind. Und wieder kann man hier durch die Lösung dieses einen Problems mit einer Punktladung vor einer geerdeten Kugel tatsächlich eine ganze Klasse von Problemen lösen, indem man diese Greens-Funktion, die wir jetzt gefunden haben, eben nutzt und dann das Potenzial, egal wie jetzt die Randbedingungen vorgegeben sind, ob als von Neumannschen Randbedingungen oder als Direktletzsche Randbedingungen oder als gemischte Randbedingungen vollkommen egal, formal können wir das ausrechnen, weil wir die Greens-Funktion jetzt kennen. Natürlich müssen wir auch die normalen Ableitungen noch kennen, in dem Fall ist das aber auch schnell ausgerechnet, die müssen wir jetzt hier nicht Term für Term durchgehen, ich habe es einfach nochmal hingeschrieben. Gut, jetzt sieht man schon, wie das funktioniert und ganz ähnlich, es ist nicht immer ganz einfach die Greens-Funktion zu finden, aber für bestimmte einfache Geometrien kann man tatsächlich mit Hilfe dieser Bildladungsmethode, also mit dieser Spiegelungsmethode die Greens-Funktion sehr einfach und sehr elegant auffinden. Einen wichtigen Fall haben wir bisher noch nicht betrachtet, wir haben jetzt immer nur eine Oberfläche angeschaut, die zur Spiegelung herangezogen wird und häufig ist es aber so, dass man mehrere Oberflächen hat und auch in diesem Fall kann man tatsächlich manchmal mit der Spiegelungsmethode weiterkommen. Wir werden uns ein Beispiel hier noch ganz ganz kurz anschauen und zwar den Fall werden wir gleich sehen, dass wir zwei parallele unendlich gut leitende Ebenen haben. Immer wenn man mehrere Spiegelebenen hat oder mehrere Ränder hat, dann muss man beachten, dass man nicht nur die Originalladung an jedem der Ränder spiegeln muss, sondern man muss tatsächlich auch die Spiegelladungen an den Rändern nochmal spiegeln, an denen sie noch nicht gespiegelt worden wir müssen also Spiegelungen der Spiegelung berücksichtigen. Das ist wirklich so, wie wenn man zwischen zwei Spiegeln, zwei echten optischen Spiegeln steht, dann ist es ja auch so, dass man ganz ganz viele Spiegelbilder sieht, weil sich die Spiegelbilder widerspiegeln und das ist hier tatsächlich auch so. Daran liegt es, dass wir das auch tatsächlich nur für bestimmte Geometrien dann lösen können, weil das führt ja automatisch auf eine Reihenentwicklung und ob diese Reihe konvergiert oder nicht konvergiert, das hängt tatsächlich von der konkreten Geometrie ab. Ein einfaches Beispiel, in dem es auch konvergieren wird, werden es aber nicht bis zum letzten Punkt dann hinschreiben. Wir nehmen mal an, dass wir eben tatsächlich zwei leitfähige Planparallele Ränder haben und dazwischen haben wir eine Ladungsverteilung. Ich habe die jetzt mal so dreieckig hingeschrieben. Das ist dann gleich bei den Spiegelungen etwas besser zu erkennen, was das Spiegelbild von wem ist. Das sieht man bei dem Dreieck etwas besser, als wenn ich dann nur einen Punkt hinmachen würde. Was zunächst zu machen ist, ist natürlich, dass wir diese Ladungsverteilung zum Beispiel an dieser ersten Ebene spiegeln. Das würde ein entsprechendes Spiegelbild ergeben, so wie ich das hier hingezeichnet habe, mit einer entsprechenden Ladungsverteilung mit umgekehrten Vorzeichen. Natürlich muss ich auch diese an der rechten Grenzfläche spiegeln und das gibt das. So, jetzt geht es aber weiter. Ich muss die Ladung, die ich jetzt an dieser Grenzfläche gespiegelt habe, diese Bildladung, die muss ich tatsächlich auch nochmal an der anderen Fläche spiegeln, genauso wie ich diese Bildladung an der linken Fläche noch spiegeln muss. Fangen wir damit an. Diese Bildladung an der linken Fläche gespiegelt, gibt offensichtlich eine Ladung, die hier sitzt und die ich mir auch als Spiegelbild der ersten Bildladung vorstellen könnte, wenn ich einfach die Struktur periodisch fortsetze. Das soll diese rote Linie andeuten. Und in die andere Richtung geht das entsprechend auch diese Ladung jetzt gespiegelt an der rechten Grenzfläche gibt wieder eine Bildladung zweiter Ordnung sozusagen und auch die könnte ich mir vorstellen als das Bild des ersten Bildes gespiegelt an einer periodischen Fortsetzung der Struktur. Jetzt ist glaube ich klar, wie das weitergeht. Man müsste diese ganze Kette fortsetzen, muss ich das hinschreiben, die ganzen Terme sich anschauen und dann eben zusehen, dass man die Reihenentwicklung hinschreibt und die Konvergenz zeigt und den entsprechenden Endwert der Reihe, den Summenwert der Reihe hinschreibt. Und auf die Art und Weise kann man dann eben auch die Greens-Funktion dieses Raumes im Spalt zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten berechnen. Und wenn man die Greens-Funktion einmal hat, das wissen wir, dann können wir auf dieser Geometrie alle Probleme lösen. Gut, ja, das soll es an der Stelle tatsächlich jetzt auch gewesen sein. und Sie sehen, wie mächtig tatsächlich erstens die Greens-Funktionen sind und wie wir sie tatsächlich auch für bestimmte Geometrien mithilfe der Spiegelungsmethode dann doch sehr einfach auffinden kann. Und wir werden in den nächsten Veranstaltungen jetzt dann tatsächlich auch noch weitere Methoden kennenlernen, aber unterm Strich ist es sicherlich so, dass die gerade in der Elektrostatik die Methode der Spiegelladungen eine der bedeutendsten überhaupt ist, um die Probleme zu lösen, um die Green'schen Funktionen aufzufinden. Wie immer danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wie gewohnt finden Sie auf der Webseite auch weitere Informationen. Besten Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.